Hier präsentieren wir die 5 beste Tauchsieder Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Eliko Wasserkocher Reisetauchsieder. Der Eliko Tauchsieder ist ideal für den Transport an verschiedene Orte. Z. B. ins Büro. Mit einer Gerätelänge von rund 20 cm inklusive Kabel und einem Gewicht von etwa 200 g lässt er sich problemlos in jedem Gepäck verstauen. Das Edelstahl-Rohreizelement misst inklusive Griff 13,5 cm in der Länge. Die kugelförmige Frontpartie des Tauchsieders hat einen Durchmesser von 3,3 cm und passt damit in jedes Gefäß. Durch die gebogene Form des Heizelements und die breite Unterkante des Kunststoffgriffs hat der Tauchsieder einen guten Halt am Rand eines Behälters. Nummer 4. Rommelsbacher Reisetauchsieder RTG 351 Wärmeisolierter Griff Der Tauchsieder TS 2003 ist das 3. Produkt des Herstellers Rommelsbacher, das wir Ihnen hier vorstellen. Mit einem Durchmesser von 45 cm und einem Gewicht von 380 g sticht dieser Artikel hervor. Das Eintauchen erfordert eine Mindesthöhe von 22 cm und eine maximale Höhe von 27,5 cm. Trotz seiner geringen Größe hat dieses Gerät eine Leistung von 2000 Watt. Aufgrund seiner Länge kann es gleichzeitig bis zu 5 Liter Wasser schnell und effizient erhitzen. Größere Wassermengen hingegen sind theoretisch möglich, erfordern aber mehr Zeit. Für mehr Informationen Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Klarstein Quickstick Sisfide Gare Wenn Sie einen Tauchsieder suchen, der mehr kann als nur Wasser erhitzen, ist der Klarstein Quickstick genau das Richtige für Sie. Das ist ein Sisfide Stick, mit dem Sie speisenschonend und gleichmäßig zubereiten können. Der Quickstick kann auch zum Niedertemperaturgaren sowie zum Erwärmen und Warmhalten von Speisen verwendet werden. Das Gerät verfügt über eine Klemme, die am Topfrand befestigt werden kann und ist wasserdicht. Der Quickstick hat eine Leistung von 1300 Watt. Das Gerät wird über ein LCD Touch Panel gesteuert, über das Sie die Temperatur und die Dauer einstellen können. Nr. 2. Bosch Smart Home WLAN Überwachungskamera Dieser Tauchsieder zeichnet sich durch seine hervorragende Tragbarkeit aus. Der Tauchsieder wiegt etwa 400 Gramm und ist 20 Zentimeter lang. Er ist klein genug, um in jede Reisetasche zu passen. Der rohrförmige Heizstab besteht aus lebensmittelrechtem Edelstahl und ist somit frei von Nickel und anderen Allergenen. Der wärmeisolierende Griff besteht aus Kunststoff. Der Tauchsieder wird mit einer Aufbewahrungsbox und einem Becher aus gehärtetem Glas geliefert, so dass Sie sofort mit dem Erhitzen Ihres Wassers beginnen können. Und die Nummer 1 unserer Liste, Rommelsbacher Tauchsieder TS 1502 Wärmeisolierter Griff. Der Rommelsbacher Tauchsieder ist ein wahrer Alleskönner. Mit einem Gewicht von nur 200 Gramm und einer Länge von etwa 30 Zentimetern ist der Tauchsieder so klein, dass er in jede Küche passt. Der Rohheizstab hat eine Länge von 20 Zentimetern. Die Minimal- und Maximal-Markierungen liegen bei 10 bzw. 18 Zentimetern. Diese Angaben definieren die minimale und maximale Tiefe, in die der Tauchsieder getaucht werden kann. Er hat eine Leistung von 1500 Watt und kann so in kurzer Zeit große Mengen Wasser erhitzen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020